Hallo, liebe Deutschlernende! Dies ist meine neue Wohnung in Vietnam und ich bin total beeindruckt. Hier ist die Küche. Ich bin hier gerade im Wohnzimmer. Ich bin total froh, diese Wohnung gefunden zu haben. Hier ist der Balkon. Wow, wow, wow! Sehr schön, sehr schön! Und ich gehe jetzt mal in mein Zimmer. Also, das ist hier eine... Dies ist eine Bege, ja? Und dies ist mein Zimmer. Das ist jetzt mein Reich. Diesen Teil habe ich ganz für mich. Ich habe ein bisschen was von der Heimat mitgenommen, eine kleine Erinnerung an die Heimat. Und ja, ein großes Bett, ein Schreibtisch, alles, was ich mir hätte wünschen können, ja? Ein großes Bad für mich alleine und wow! Also, ich bin echt froh, nicht nur eine Wohnung gefunden zu haben, sondern auch so eine schöne Wohnung, ja? Mir gefällt das hier. Ich finde, es sieht sehr schön aus hier und eventuell werde ich hier alles einrichten, sodass hier das Studio ist. Ich weiß es noch nicht. Vielleicht auch diese Wand, ja? Und dann werde ich bald wieder anfangen, Videos zu drehen und weitere Videos für euch zu machen und darauf freue ich mich schon sehr, ja? Insofern, es sieht schön aus hier. Ich bin gut angekommen. Mir geht es super. Und ja, wir sehen uns später. Tschüss!